Hallöchen, hier sind wir wieder. Wir sind ein zweites Mal sicher mit dem Schiff gelandet. Uns geht's gut. Es ist ein bisschen kalt. Dabei ist auch mal wieder der Matsumaro. Servus. Der Bimi wie immer, leider. Und ich. Und jetzt gehen wir wieder. Mal ein bisschen. Wir immer suchen wieder Ellie. Ellie! Verdammte Scheiße. Sie ist tot. Und das sind wir auch bald, wenn wir uns nirgends aufwärmen können. Ellie! Hast du das gefasst? Ich glaube, das war Wachstum. Ja, ich glaube schon. Mal sehen. Mark, Ihre Temperatur fällt. Bleiben Sie in der Nähe der Feuer. Hören Sie mich. Ja, Feuer. Bleiben Sie in der Nähe der Feuer. Was? Alles klar! Oh. Synchron treten. Ja. Mensch. Wie sie sehen, sehen sie nix. Nein, wirklich. Ha. Muss das sein, dass wir uns beeilen? So, besser. Ellie! Nein! Wir müssen da runter. Einen Scheiß müssen wir! Wir müssen da runter. Bedenken einen Scheiß-Bereich. Stattung. Bedenken. yearnend. Wir müssen da runter. Bedenken. Ich habe einen Gezip收 def andet. Ich habe einen Gerät. Dann, dann... das ist doch wahnsinn die andere Hälfte des Shuttles landete irgendwo hier man muss hier einfach nur ein bisschen warm laufen du kannst ja auch Sprinten warm laufen ja ich weiß dann direkt dahin da mach ich mich still und heimlich mal aus dem Staub alles klar wir haben es zu euch mal schönen Abend wir kommen näher niemand hätte das überleben können hören sie mir zu Ellie die 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 wie die die alguna nur hell wie eine Ja da! Na ja, lass mal laufen. Ich sagte doch, sie schafft es. Gut, sie haben die Nachricht geführt, dann den Leuchtfackel nach. Oh boah! Alter! Was ist denn der Scheiße? Jetzt ist der Kackschritt fast in der Hose gelandet. Ich bin nicht allein hier unten. Was ist das? Isaac, das Ding könnte überall sein. Allee muss hier entlang gekommen sein. Kommt sie, wir können der Partner folgen. Hier. C'est wahr? Tatsache! Wir senden an alle Einheiten da draußen, wo auch immer ihr seid. Denkt immer daran Jungs, die Kolonien zählen auf euch. Hier ist die Aloha Station. Wir senden an alle Einheiten da draußen, wo auch immer ihr seid. Denkt immer daran Jungs, die Kolonien zählen auf euch. Oh, sonst war Jungs weiter, wa? Nein. Na, Temperatur, warte. Nur 37, ich weiß aber raus. Hm. Okay. Okay. Ah, hier sind Leute da da. Ah, hier sind Leute da da. Die Daußfeld wäre da eine große Einrichtung vor uns. Yeah. Allee? An der Wand bleiben, da sind wir alle in diesem Sturm verloхt. Allee! Bist du das? Bist du in Reichweite? Okay. Ich geh mal ein paar Sachen ab. Wollen wir noch was haben, aber... Saure. Boluskanone, okay. Wolfgang bräuch. Ready? Äh, ja. Okay. Achso, wir müssen ja so einigermaßen schätzen. Ich hab natürlich den Thermal wieder vergessen. Na so. Ja, dann schätzen wir mal. Hä? Das Ding ist aktiviert, oder? Okay, über euch denk ich mal. Mein Gott, drück die Sprint-Teste, du Opa. Ja, wenn meine Hand oben ist, wird man mich loben. Nee. Aber dann kann ich nicht rennen. Okay. Wie, ohne. Is das Platine? Ah, das ist falsch auch. Ja, ha, ja. Alter, Mann, was ist das? Alter. ja ich glaube schon das ding hat auf uns abgesehen wir können nicht viel länger draußen bleiben wir müssen weiter der pipeline folgen weiter das bloß nicht ich kann man nicht rein hier hier ist der leiter noch und weiter Hier ist die Aloha-Station und der freundlichen Erinnerung des HQ. Oh, ein zweites Wort. Oh, nice. Wir wollen doch nicht, dass da draußen jemand hungert. Und dann da draußen, alles klar. Ja, aber da will jemand mehr weiter. Ich würde da gerne mal reinkommen. Oder? Hier links. Und zwar... Ja, an der Latte da oben, ne? Hier ist gerade drin. Ach, da genau. Und hier ist... Nur Latte flackt. Hm, sonst denkst du auch. Ja. Ja. Ich dachte vielleicht, dass wir da irgendwie da rein können. Ja, gut. Bin ja schon weg. Alles gut. Kleiner Pommes-Panzerlö. Ja. Und dann lass rein. Ja, ist hier vielleicht irgendwas... Ja, sonst ist hier nichts. Naja, vielleicht haben wir schon was übersehen, aber vom Ding her sehe ich jetzt nichts. Oh, gut. Wir kommen drinnen in die Wartur. Ja. Ja. Alles gut. Oh, hier hört sich das gut an. Was ist das? Weißt du das? Roboter. Ja, also, ressourcen. Muss hier nur der Baranel sein. Jupp. Ah. Ist das? Ah, wir lassen uns auch mal ein bisschen beeilen uns. Das ist nicht zu verwohlen da. Da war's für mich. Ja. Ist das okay? Oh, der Zucker ist hier. Ja. Alter! Beschützt mich doch! Ich bin dabei! Aber du bist nicht zu langsam. Zu langsam? Ja. Ja. Wer ist beschützt, kenn ich dich nicht, du Eierbirne. Krieg's ihn ja auch. Ich bin dabei! Ja. Ha, hol mich der Teufel. Wo sind denn die anderen? Sie sind unterwegs zu einer Forschungseinrichtung oben auf dem Kampen. Wir haben Schneeanzüge gefunden, aber es war nicht genug für alle. Also blieb ich zurück. Unten im Keller könnten noch welche sein. Könnten? Der Aufzug ist hinüber. Und von da unten kamen so Kratzgeräusche. Also haben wir nicht nachgesehen. Marco. Okay. Ah, hier ist ein Band. Ja, und damit würde ich sagen, machen wir ein Schloss, oder? Du willst ein Schloss machen? Schloss mit mir? Kannst du mit mir ein Schloss machen? Natürlich. Nein! Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss! Tschüss!